Passend zu den heißen Temperaturen schauen wir uns heute in Spielern, das zumindest im Titel ein bisschen Abkühlung verspricht, Cool Runnings. Kurz Fazit, es ist ein Spiel, das mich nicht so wirklich begeistert hat, obwohl die Grundidee ziemlich cool ist, wie der Titel schon sagt. Denn wir spielen mit echten Eiswürfeln gegeneinander und versuchen mit unseren Eiswürfeln auf einer Rennstrecke entweder als erste das Ziel zu erreichen oder der letzte überlebende Eiswürfel zu sein. Denn wir attackieren unsere Gegner oder die gegnerischen Eiswürfel, z.B. indem wir Salz auf sie streuen, indem wir sie in die Hand nehmen oder indem wir sie anpusten. Soviel zum Kurz Fazit, jetzt kommen wir ein bisschen zur ausführlicheren Begründung, warum ich das Spiel irgendwie nicht so richtig vom Hocker haut und ich es nicht wirklich cool finde. Fangen wir mal mit dem Material an. In der Stiftung Warentest gibt es so eine schöne Rubrik, die heißt Mogelpackung und da werden Packungen kritisiert, die mehr Inhalt vortäuschen als tatsächlich drin ist. Und ich vermute mal, Cool Runnings wäre ein ziemlich heißer Kandidat dafür. Denn, wenn wir uns jetzt mal das Spielmaterial anschauen, sehen wir, das ist relativ wenig. Es fehlt jetzt hier noch ein blauer Becher, der ist gerade noch im Eisfach, weil ich gleich noch die Erklärung drehe. Aber ansonsten ist das quasi schon das ganze Spielmaterial. Und wenn wir jetzt mal hier in die Packung schauen, dann sehen wir auch, dass Ravensburger hier extra noch mal so Füllmaterial reingemacht hat. Denn die Verpackung selbst ist eigentlich viel tiefer. Also all das hier ist nur Füllmaterial. Platz, den man eigentlich gar nicht braucht. Ja, das Material selbst ist so ganz clever und auch funktional, denn es funktioniert folgendermaßen. In diesen blauen Eiswürfeln füllen wir Wasser rein und dann friert darin unser Eiswürfel. Und wenn das Spiel beginnt, dann lösen wir den aus diesen blauen Bechern heraus, machen den in unseren farbigen Becher und machen die kleinen Becher dann wieder als Auffangbecher darunter. Ganz schön viele Becher. Hat den Vorteil, dass wenn die Eiswürfel schmelzen, das Wasser nicht auf dem Tisch herum fließt, sondern tatsächlich in diese Auffangbehälter kommt. Der Spielplan, den kann man sich hier so ein bisschen individuell zusammensetzen, die Rennstrecke. Es gibt hier so verschiedene Teile und bei heißem Wetter empfiehlt Ravensburger dann einfach die Strecke ein bisschen kürzer zu machen, was auf jeden Fall auch sinnvoll ist. Diese Teile hier sind nicht aus Pappe, sondern sind aus, weiß ich nicht, Plastik wahrscheinlich. Das ist ebenfalls sinnvoll, denn obwohl wir hier diese Auffangbecher haben, ist natürlich schon irgendwie immer so ein bisschen Wasser im Spiel, wenn wir gerade zum Beispiel mal die Eiswürfel in die Hände nehmen oder so. Die Karten, mit denen wir unsere Eiswürfel bewegen oder gegnerische Eiswürfel angreifen, die sind übrigens nicht aus Plastik, sondern die sind tatsächlich nur in Anführungszeichen aus Pappe. So, ich habe jetzt gesagt, ich finde das Spiel gar nicht so spannend. Warum denn nicht? Naja, das liegt zum einen daran, dass dieser Reiz, dass wir spielen mit echten Eiswürfel relativ schnell verfliegt, meistens nach einer Partie und ich habe es in meinen Runden nicht erlebt, dass irgendwie jemand gesagt hat, komm, lass uns das direkt nochmal spielen. Das liegt daran, dass, also es gibt hier zwar unterschiedliche Angriffsarten, aber die lernt man eigentlich in der Regel alle im ersten Spiel kennen und es ist jetzt auch nicht so, dass die sich so mega groß voneinander unterscheiden. Mal hält man die Eiswürfel irgendwie in der Hand und einer muss raten, in welcher Hand ist denn jetzt mein Eiswürfel. Mal reibt man mit einem Daumen über die Eiswürfel oder mal nimmt man sie irgendwie in die Hand und pustet dann, versucht sie mit heißem Atem zu attackieren. Also das ist jetzt nicht per se so abwechslungsreich. Ja, und dann gibt es ja noch die zweite Möglichkeit, nämlich dass ich gar nicht versuche, meine Eiswürfel oder gegnerische Eiswürfel zu attackieren, sondern dass ich mit meinen Eiswürfeln ins Ziel laufe. Denn auf jeder Karte ist immer entweder eine Bewegungsmöglichkeit, das sind die Punkte unten, oder eben ein Angriff, der ist oben. Und wenn wir an der Reihe sind, müssen wir uns entscheiden, wie spiele ich eine Karte aus, indem ich meinen oder einen Eiswürfel nach vorne bewege oder zurück oder einen Eiswürfel angreife. Ja, und gerade im Spiel mit mehreren Personen ist es erfahrungsgemäß so, dass es relativ schwer ist, das Ziel zu erreichen mit seinem Eiswürfel. Denn sobald einer anfängt irgendwie loszulaufen und sich auch nur ansatzweise ein bisschen abzusetzen, dann ist es schon so, dass die anderen Spieler gezielt ihn attackieren. Das macht es natürlich für ihn unheimlich schwer, überhaupt noch ins Ziel zu kommen, bevor der Eiswürfel geschmolzen ist. Und es gibt ja dann auch hier so Karten, die es erlauben, Eiswürfel zurückzusetzen. Wir bewegen nämlich im Zug nicht nur unseren eigenen Eiswürfel, sondern können auch gegnerische Eiswürfel bewegen. Ja, das heißt also, dass es eigentlich nicht sinnvoll ist, zu laufen bei mehreren Spielern und dann besteht der ganze Reiz des Spiels darin, dass man halt hier nacheinander so ein bisschen unterschiedliche Angriffskarten ausspielt und ja dann immer wieder gegnerische Eiswürfel attackiert. Im Spiel zu zweit kann es durchaus sinnvoll sein zu laufen, denn da gibt es ja nur eine potenzielle Person, die mich angreifen kann, nämlich meinen Gegner. Aber ja, auch das ist jetzt nichts, wo ich dann sagen würde, irgendwie hat es so viel Reiz, dass ich es immer wieder spielen möchte. Ja, deswegen abschließend meine Wertung. Ich würde das Ganze mit zwei von fünf Sternen bewerten. Einen Punkt gibt es für die kreative Idee, dass wir hier tatsächlich mit echten Eiswürfeln spielen. Das ist ganz witzig, aber das ist definitiv kein Spiel, das in meiner Sammlung bleiben wird. Ich werde es wahrscheinlich an irgendjemand verschenken. So, soviel zu mir und jetzt schauen wir uns mal noch an, wie das Ganze funktioniert. Bei Cool Runnings spielen wir mit echten Eiswürfeln um den Sieg. Achtung, ein Hinweis, normalerweise sind die Eiswürfel bei Cool Runnings ein bisschen kleiner, nämlich genau hier sechs Milliliter, das ist zweimal diese Pipette voll. Ich habe jetzt nur die großen genommen, weil es heute echt mega heiß ist und ich nicht will, dass die direkt wegschmelzen und ich ein bisschen mehr Zeit brauche beim Dreh. Also, Ziel des Spiels ist es entweder mit seinem Eiswürfel als erster hier das Ziel zu erreichen. Der Eiswürfel muss natürlich noch da sein und darf vorher nicht geschmolzen sein. Oder man ist der letzte Eiswürfel, der noch am Leben ist. So, wie funktioniert das Spiel? Jeder von uns hat vier Karten auf der Hand. Die sehen so aus. Und auf diesen Karten sind immer zwei Dinge drauf. Entweder wir spielen sie als Bewegungskarte aus, dann gehen wir einfach mit einem beliebigen Eiswürfel so viele Felder vorwärts, in dem Beispiel jetzt drei, oder eben auch rückwärts. Zum Beispiel hier jetzt minus eins. Eins, zwei, drei. Dabei gilt, dass besetzte Felder nie mitgezählt werden und es kann auch auf einem Feld immer nur ein Eiswürfel stehen. Die zweite Möglichkeit, die wir haben, ist, dass wir diese Karten nicht als Bewegungskarten ausspielen, sondern als Angriffskarten. Dann suche ich mir einfach einen Spieler aus, den ich angreifen will mit diesem Angriff. Was der macht, erkläre ich gleich und führe dann diesen Angriff durch. Es sei denn, der andere Spieler hat genau diese Karte auch nochmal auf der Hand, beziehungsweise nicht diese Karte, sondern diesen Angriff auch nochmal auf der Hand. Und dann, zum Beispiel so, dann kann er diesen Angriff weitergeben. Und das heißt, es sucht sich einfach einen neuen Spieler aus, auf den er jetzt diesen Angriff spielen möchte. Im Zweifel kann er den sogar auch zurückgeben, also auf den Angreifer zurückspielen. Der Angreifer hat dann aber auch wieder die Möglichkeit, den Angriff nochmal zurückzuspiegeln und so hin und her. Irgendwann wird ein Spieler angegriffen werden und dann passieren halt, je nachdem, was das für ein Angriff ist, verschiedene Dinge. Also, wir schauen uns das einfach mal an. Bei dieser Angriffskarte nimmt man hier diesen Eiswürfel so in die Hände und dann pustet man mit seinem Mund hier so rein. Und während man das macht, muss der Spieler des Eiswürfels, der Besitzer des Eiswürfels ganz schnell bis 10 zählen. Er sagt dann, ein Eiswürfel, zwei Eiswürfel, drei Eiswürfel, vier Eiswürfel, zehn Eiswürfel. Und wenn er bei zehn ist, dann ist das der Angriff beendet. Bei dieser Karte hier spielt man einfach, normalerweise ist hier noch ein Wasserschälchen, dann drücke ich einfach hier ein bisschen Wasser auf diesen Eiswürfel. Bei dieser Karte muss ich den Eiswürfel in die Hand nehmen und verstecke ihn dann quasi in der linken oder rechten Hand hinter meinem Rücken. Und der Besitzer des Eiswürfels muss dann suchen, wo ist der Eiswürfel. Und wenn es so warm ist wie heute, dann ist das nicht schwer. Wenn er es richtig erraten hat, dann kommt er zurück. Und wenn er es nicht richtig erraten hat, dann mache ich das einfach nochmal hinter meinem Rücken und verstecke ihn wieder und dann muss er wieder aufs Neue erraten. Ihr seht übrigens schon, es ist gut, dass diese Dinger hier nicht aus Pappe sind, sondern aus Plastik. Ja, was gibt es noch? Es gibt hier diese Karte, da nimmt man den Eiswürfel einfach in die Hand, also in die Faust. Und der andere Spieler muss eben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn runterzählen. Dann gibt es noch einmal hier den Salzangriff, da würde man einfach ein bisschen Salz auf den Eiswürfel träufeln. Dann gibt es noch hier diesen Daumenangriff, dann nimmt man den und rubbelt einfach so mit dem Daumen über diesen Eiswürfel drüber. So, und dann gibt es zuletzt noch hier den Wasserbadangriff. Der funktioniert so, dass man diesen Eiswürfel, normalerweise steht hier noch eine Wasserschüssel, dann nimmt man diesen Eiswürfel, kippt den in die Wasserschüssel hinein und der Besitzer muss ihn dann quasi mit seinem Becher versuchen, aus diesem Wasserbad herauszufangen. Ja, das ist schon das ganze Spiel und wichtig ist noch, ich ziehe erst am Ende meines Zuges wieder auf vier Karten auf. Das heißt, wenn ich irgendwie Angriffskarten weiter, also ich muss mir jetzt überlegen, ob ich Angriffe abwehre oder weitergebe, denn dadurch fehlen mir dann quasi in meinem Zug eventuell Möglichkeiten. So, und ihr seht schon, Eiswürfel ist schon ein bisschen kleiner geworden, obwohl wir jetzt noch gar nicht wirklich viel gespielt haben. Und bevor das jetzt hier alles wegschmilzt und alles nass wird, mache ich mal lieber Schluss und lege mich wieder vor den Ventilator. Tschüss! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2012